Dies ist eine Verletzung der Menschenrechte. Britney, wir kommen, um dich aus deinem Gefängnis zu holen. Schreibt sie auf Instagram zu einem Foto, auf dem sie ein Top mit Spears Namen trägt. Sklaverei ist vor langer Zeit abgeschafft worden, so die 62 Jahre alte Pop-Ikone. Gebt dieser Frau ihr Leben zurück. Popsängerin Spears hat Ende Juni bei einer Anhörung vor Gericht ein Ende der seit 2008 bestehenden Vormundschaft über ihre Person und ihre Finanzen gefordert. Virtuell zugeschaltet erklärt die Sängerin von A Baby One More Time, dass sie von ihrer Familie, Betreuern und Anwälten kontrolliert wird. Besonders scharf greift sie ihren Vater an. Er liebte es, Macht über sie auszuüben. Sie ist unter der Vormundschaft wie eine Sklavin behandelt worden. Auch viele andere Prominente haben bereits öffentlich der Sängerin den Rücken gestärkt. Wir lieben dich Britney, bleib stark, schreibt zum Beispiel Sängerin Mariah Carey nach der Gerichtsanhörung im Juni auf Twitter. Auch Spears Ex-Freund Justin Timberlake, Christina Aguilera, Courtney Love und die Rapperin Iggy Azalea schicken Botschaften. Die nächste Gerichtsrunde steht am 14. Juli an.